Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp. Der Basiswert, den wir heute ausgewählt haben, ist Eikstron, ein altbekanntes Unternehmen, das wir hier schon des Öfteren an dieser Stelle auch empfohlen hatten. Im Moment ist die charttechnische Situation vor allem das Argument, das uns eben dazu bewegt hat, die Aktie auszuwählen. Wir sehen hier einmal den 6-Monats-Chart auf Candlestick-Basis und wir sehen, dass die Aktie mit der 200-Tage-Linie kämpft und gleichzeitig mit diesem Widerstand im Bereich von 20,50 Euro eben, dieser Doppelwiderstand, wenn wir darüber hinausgehen, dann dürfte relativ zügig ein Anstieg hier in den Bereich von 22 Euro erfolgen. Und wir schauen uns das Ganze mal übergeordnet an im Dreijahres-Chart. Und da sehen wir einmal dieses Doppeltief hier in dem Bereich von 17,50 Euro etwa oder 17 Euro besser gesagt. Und hier eben sind wir jetzt dran an diesem Widerstand, bedingt eben durch die 200-Tage-Linie und dieses Hoch von Anfang 2022 und wenn man etwas genauer hinstellt, auch hier knapp oberhalb von 20 diese Widerstandslinie. Also ein massiver Widerstandsbereich, an dem sich natürlich die Aktie etwas schwer tut. Aber ja, die Fundamentaldaten, die geben das auf jeden Fall her, dass die Aktie hier drüber hinausgeht und neben der 22-Euro-Marke vielleicht sogar hier die alten Hochs erreicht. Warum? Die Anlagen, die das Unternehmen herstellt, eben zur Herstellung von Verbindungshalbleitern auf Gallium-Nitrit-Basis. Das kennen Sie alles von meinem Kollegen Michael Schröder. Die sind einfach massiv gefragt. Der Ausblick für dieses Jahr sehr positiv. Ein Umsatzwachstum von 25 bis 35 Prozent wird hier vorhergesagt. Ja, und das untermauert das Ganze. Und deswegen ist die Aktie auch eben sehr stark unterwegs. Zuletzt eben überproportional stark. Und wir trauen der Aktie durchaus zu, die alten Hochs wieder zu erreichen. Kurzfristig könnte eben der Ausbruch über die 2050 für zusätzliches Potenzial sorgen. Und deswegen ein extra Faktor-Long-Zertifikat unseres Partners Morgan Stanley. MA4YHQ ist die WKN, kostet aktuell 8,27 und hat einen Faktor von 3. Wie gewohnt, Stoppkurs bei 7,40 Euro. Ein Blick auf gestern, auf den BASF-Faktor-Long, den wir Ihnen vorgestellt haben. Die Aktie noch leicht im Plus, aber immerhin in die richtige Richtung. Und ja, nach der Kaufempfehlung, nach der Hochstufung von HSBC in Richtung 65 Euro, trauen wir der Aktie eben noch weiteres zu. Zunächst mal hier in den Bereich 55, 56 Euro und dann wäre das nächste Ziel die 60-Euro-Marke. Es fehlt noch ein bisschen dahin, aber der Markt spielt im Moment mit, schaut ganz positiv aus und auch die Aktie dürfte sich eben weiter positiv entwickeln. Damit entlasse ich Sie in den Handelstag. Ich wünsche Ihnen gute Kurse und ja, bis morgen. Tschüss. Musik